Während die meisten Männer zum Vatertag oft nur so durch die Gegend ziehen, werden diese sieben hier einmal im Jahr zum kleinsten Männerchor von Aschers leben. Und es gibt Nostalgisches aus der Jugend und Oldies aus der Zeit davor. Und so ziehen die sieben Musikanten seit zehn Jahren am Herrentagsmorgen mit ihrem Bollerwagen los, um von Alte Rode nach Aschersleben zu wandern. 13 feucht, fröhliche und vor allem musikalische Kilometer. Und auch wenn so mancher Ton mal nicht stimmen sollte. Sie haben in den nächsten zehn Jahren ja noch genug Zeit, um weiter zu üben. Aber wenn, 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 wenn. und war zu er Ainlich. Ach, das war nicht so. Ich bin kein Problem. Und wir arbeiten auf das. Ich bin wenigstens. Ich bin immer mehr so. Ich bin einfach nicht mehr. Ich bin eben wichtig. Da bin ich immer wieder.